Ich schalte die da, kann nachhaken, und dann darf ich sie nicht mal morgen eingehen. Ich habe gesagt, ja komm, dann hätte ich sie auch nichts holen müssen, wenn ich sie nicht kriege, habe ich gesagt. Danach habe ich nichts mehr gesagt. Was sind das für die blauen Reisen auf dem Boden? Das sind diese alten Luftschicht-Scheiß-Recting. Hallo, die Blüten, was sind das für eine Blüte da? Keine Ahnung, lass da landen, das ist geiler, glaub mir. Oha, warum, what the fuck, was ist jetzt los? Naja, weil ich zu viel Geld heute ausgegeben habe. Er sagt dann immer wieder, ja, Scheiß, Scheiß, das ist Geld. Leute, die Polo! Oha, nein! Was? Die Polo sind zu super. Die Polo sind zu super. Ah ja, komm, komm, lass fahren damit, da kann man fahren. Warte, lass mal mit dem Polo, lass mal mit dem Polo auf so eine Bahn. Ja, warte, komm, warte, 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 warte! LOL! Oha, wie geil! die Polo ist drin? Keine Ahnung. Ja, lol. Alter, wie nice! Ge- Ah, achter, wo ist der Pici? Alter, der Pici! Leute, mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott! Alter, der Pici, ist das saugeil. Das lekt halt übelst, Digga. Ich muss jetzt, ich muss jetzt. Scheiß drauf komm Scheiß drauf LOL LOL Einfach mal so ein Rift LOL Wait Paula komm wieder zurück WETTEN LOL WIE SCHNELL WHAT THE FUCK WHAT THE FUCK Okay Hier 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 bei mir gibt es noch einen Paula Warte ich will Ich komm zu dir Mach das Komm mit mir nochmal machen Ja Ja Bist du bei mir ja ne Ja nicht schießen Nicht schießen das Lockgegner Oh Nee gönne Nee gönne Ja okay Ich bin die besten Ja komm Ja komm Warte warte Andere Richtung Nee es kann in die andere andere Richtung Warte ich hole dich ab Ich kann nicht abholen LOL LOL Ich höre einfach so die Ich höre einfach so die Fortnite Mucke Dünn 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 Oh halt jetzt ist aus Bist du mich verarschen Nein doch nicht LOL Alter wie geil Leck mich am Arsch Leck mich Alter das ist eine Tanzfläche Ich sehe Ich weiß Da tanzen sogar die Bots Hä Da tanzen Bots Ja da tanzen sogar die EO Wachen Geil Und was soll ich mal das für Wachen sind Alter Das sind unsere Wer aufbringen möchte dass ich Wie alt war Wenn der ist sogar ein MPP LOL Meine Glück Oh und ich hab's angeschossen Nelina Oh mein Gott was vom Glück Hä warte mal Habe ich von denen angeschossen hä Von wem Und den hat mein Zwei Minuten hat von mir Gott hier Ja komm her Äh Der hat einfach die Kugel weggebounced LOL Komm komm Kill den jetzt mach Komm Kill den jetzt mach Borgern kann man auch gell Habe ich weiß Habe ich Keine Ahnung was mit dem EO los ist Was ist tot LOL Say or was ab der Internetseite kräfteln höre ich auch wer hat er geblieben Prozent er hat ein wenig noch er hat er geblieben wo ich habe ich habe eine lila ne auch lol das ist nicht der sind der sind schätze also das ist geöffnet lohnt wo bist du kaputt kannst du nicht mitnehmen weil ich musste trinken soll komm herr paul das erinnert mich voll an ein spiel alter die kugeln können sogar im wasser fahren lol wo sind denn sie paul leine disco kugel aus dem gegner mal wieder ach so ne ne die pol und die franzer ist schon alleine komm schnell kann man noch mit der bausen ne ne das ist so ne blüte wo da das ist so ne blüte wei wei was ist das kann man mal frisch geschnitten hier aus dem frischen krieg man nur Mut ja ich weiß das ist das geile hier oben die blaue noch für dich ich muss in die zone sonst sterbe ich dinge bin ich tot oder ne ich sterbe eher als die die aus und du wirst wahrscheinlich mit dem bowler unterwegs oder nicht ne voll nicht ich renne wenn ich die 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 verbreite wo loll dahin geht er in die party ab schnell ein bisschen die zune in der ja wer ist hier hier weg doch ich habe einen Händel gegeben m ja die die machen nur 23 schaden den Kopf oder Grunde Paul ich habe hier warte 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 komm mal am Lahn wir werden angeschossen da hinten da hinten da hinten ist ein gegner oh mein gott ich habe ihn getroffen 123 schieß rein schieß rein schieß rein schieß rein sprach auch gewichsen die blubb gibt schon wieder gewichsen egal komm scheiß auf den wichser weiter der baut sich da einen minuten oder der angsthause der hundesohn bei auskosten ausrasten wird jetzt nicht vorschlagen er hat sich da eingebaut da kommt das immer raus lol schwierig auf jeden fall alles mit kippen mitnehmen oder ich bagge wie dringende fahrer war die gummi war pusten zum scheiß bitte macht die mucke aus das ist ausländer mutter noch keine sauer blutlob alles netti roboter sind drin vollkommen mit flüchten ich habe alles kommen wir flüchten haben sie haben was das wappen und aus den appen muni ich habe ich habe 5 und mehr kommen wir hier hier wir gehen in die richtung ich weiß nicht mal kapiert ja egal ich habe eine lila nirgendwo ja mach was komm komm lass mir Lambo wegfahren warte aber zuerst müssen wir was machen nee nee komm komm ich fahre ich so wollah ich so wollah hihi scheiß auf schale alter warum du das mal nirgendwo komm 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 Paul bleib doch rein drinnen alter du stiebst dich ich wollte jetzt nicht Paul bitte stirbt nicht komm einfach hoch oder schön nicht holen nicht holen der battle bus ist in der Nähe ich komm hoch warte ich werde keine angeschossen nein renn hoch renn einfach hoch oder der battle bus ist explodiert komm einfach da hinten da hinten komm 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 nicht runter springen alles ist runter springen komm spring 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 ich bin vorlieger ja scheiß drauf wir lassen das am dach kämpfen kommt nach dem dach ja ich holen ja ich habe jetzt mittlerweile schon ein kinder das ist 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 6 6 8 5 6 6 7 8 9 10 9 10 10 15 nicht so und wenn er nicht auf die luke Möller ja die ich habe drei 6 die ist haben der sie noch drei Gegner drei Gegner ein Gegner liebt noch Loll haben weil ich habe sogar eine Krone gehabt hässet Loll ich bin gespannt was sind glatt denn es gibt oder ich bin so gespannt was es für ein Glatter gibt